WDR mediagroup GmbH 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 Spannende Hier ist der Frickhofen, da ist der Frickhofen. Hier ist der Frickhofen, da ist der Frickhofen. Hier 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 ist der Frickhofen. Das ist total dünnlich. Wir haben fast alle kundinzieher. Die Erdhausholen sind auf dem Bahnhof. Also hier die ganzen Täler abnehmen, dass sie zwar alles schön aufhören, aber wir brauchen sicher alles zurück, aber nein, da gibt's noch nicht mehr. Das wird jetzt noch einmal vom Piloten bestätigt, dass die Flanke sich alle noch nicht verlaufen. Mit der Sache, dass wir auf der zweiten Runde überwenden sind. Und die Runde, dass wir hier oben sind. Aber ihr seht hier wunderschöne Runde. Wir brauchen hier ein bisschen genauer. Wir brauchen hier ein bisschen genauer. Ich kann nicht. Hier ist sie hoch. Wir brauchen hier ein bisschen weiter. Jetzt legen wir ein bisschen Platz. Aber wir müssen hier einen Eintralof mit der Fahrt. Da gibt es, dass wir hier eine Eintralofuhr macht. Damit ihr hier einen einzigen Urlaub zu machen, dann kann ich hier einen Weg funktioniert, was wir hier haben können. Und wir brauchen hier einen Zahn. Und wir brauchen hier einen Zahn. ganz hinten da hinten ist der Rufweg und nicht verladen unser Ziel ist Oh, nein, 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 nein Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Jetzt ist ein MB da. Wir fangen gerade auf einmal weg. Der Bl 메zeiten kann man rückwärten. Das war's für heute. Schauen wir euch mal hier die Mücke an. Da ist ein Reifenplatz, der ist hier auf dem Weg. Der Anlag ist halt auf dem Weg zu sein. Also hier ist die Zerstörung der Insel. Also achtet mal mit drauf, alle die zuschauen. Da wo das Tatend ist, ist die Zerstörung irgendwie offensichtlich der Nacht. Es ist ja schon jetzt früh geworden. Die Inhalte von 8 Wochen lässt sich nicht aufräumen. Aber es ist auch gut zu machen. Die Zerstörung ist ein bisschen bald. Die Zerstörung ist ein bisschen höher. und das war jetzt nicht gleich die Rückschläge sind gefälzt ja, die Rückschläge sind gefälzt vielleicht mal die Rückschläge sind hier ist der Müll zusammen an der Stelle von der Rückschläge da unten sind ganz viele Leute noch viel fest die Müllsammel an der Stelle von der Rückschläge und dann können wir das die Rückschläge und das ist schon mal ein bisschen Die hat den Späldnissen gewusst. Also selbst hier fahren die Schellen und Boots und der Pilot ist hier angesprochen worden von Bewohnern. Hier ist eigentlich nur ein kleiner Watt, der hier im Land fließt. Aber wirklich, das war ein reißender Plus. Hier ist auch ein Campingplatz, der aber verschont geblieben ist. Das ist ein Campingplatz, die wir hier sehen. Also hier ist der Willem Hartmann, als wir hier haben uns gefahren. Hier war das hier, wo die ganzen Campingparken sind. Also das ist der Campingplatz, Victoria Station. Hier hängen die ganzen Campingparken an der Brücke. Ist das nur ein tolles Bild? Sorry, ist das ein tolles Bild? Hier hinten in der Brücke. Also der Betreiber des Campingplatzes hat alle Campersicherheit bekommen. Da ist man keine Ahnung. Das ist der Fall. 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 Willem Hartmann, das wäre wichtig zu erwähnen. WELM hat einen Hubschrauber mit 15 Mann Besatz zu dem Campingplatz verschoben. Aber jetzt wahrscheinlich auch nicht. Also, was da MWM eben hat, und das hat MWM hier aber nicht. Aber wir müssen die Bilder und das, was hier passiert ist, einfach auch im Kopf behalten. Das darf nicht verschwiegen werden. Und hier ist diese A-Scheife und hier sind noch die zweite. Die komische Annahme war das, oder? Doch, das sind die zwei Häuser hier, wo ich gar nicht schwach bin. Also da oben seht ihr die ganzen Baumaschinen. Da hinten ist das Altenheim, glaube ich. Ja genau, da ist ja... Da hinten ist ein Altenheim. Ach, hier war der Campingplatz. Da ist... Da ist die... Oder meinst du da? Ne, hier. Das hier ist nur die Bodenplatte von der Funktionsplanung auf Campingplatz, weil sie nicht mehr sind. So, wir befinden jetzt ins nächste Tal rüber. Und wir probieren jetzt was wegen Luftbetanken zu organisieren. Und wir probieren jetzt was wegen Luftbetanken zu organisieren. Und wir probieren jetzt mal, weiß nicht mehr sie es auf. Ne, jetzt schmecken sich einfach mal, Wie braun das hier alles ist. Also die Piloten unterhalten sich ja hier, ihr kriegt das Gespräch nicht mit. Jetzt wird der Pitch runtergegangen. Oder irgendwas? Das ist doch irgendwie... Ah ok, also man kann die Geräuschkulisse mal nicht nutzen. Der Hubschrauber, das wusste ich auch noch nicht, weil das sind so kompliziert, oder 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 das sind so kompliziert. Hier ist das ehemalige Feldgerät. Von dem Hellwind, hier war ich mit komplett weg. Schaut euch das mal, hier wunderschön, dass es hier hier ist. Also wenn ihr mich in Richtung, ja... Das ist ja auch so kompliziert. Ja, ich hab mal die Gagenträger, aber ich hab mal die Gagenträger, aber ich hab mal die Gagenträger. Das war einfach so, dass ich mit dem Urlaub geflogen sind. Das ist ja auch so, dass wir mit dem Urlaub geflogen sind. Aber wie ist das denn so? Das ist ja auch so, dass wir mit dem Urlaub geflogen sind. Da hinten ist die Alpen, da sind die Kraftwerke. Man sieht aber, dass es gar nicht so weit ist. Nur die Kraftwerke. Das hier bis jetzt. Das ist doch der Friedhof, der hier... Das sind Aufgaben hier. Jetzt seht ihr, dass das Tal hier enger wird. Und da, wo es Tal enger wird, ist die Zerstörung viel größer gewesen. In Marientalen sind wir jetzt. So, jetzt kommen wir langsam in unseren Heimatland. Warten wir ins Hafen. Hier war so unser Wirkungsbereich im ersten. Hier ist das Straßenstück, was fehlt. Das können wir jetzt sehen. Markus Zittling, die Größe. Zittling, sorry. Hier seht ihr die Deponie von Waldbrunsheim. Und hier ist das Bauskaufzelt Kaiser. Und die Zerstörung ging bis hier hin. Hier hin landen. Da ist mit der Versorgungssinn. Das ist das neue Land von den Containern. Das ist unser Altbrunsheim, wo wir vor 8 Wochen alles gegeben haben. Hier seht ihr, wie die Malstadt der Hirnschäden sind weggeschoben sind. Ja. Hier ist die neue Quickriff. Ja. Definitiv so. Ja. Hier ist das THW tätig. Hier ist der katastrophale Friedhof. Wo das Auto drin lag. Ihr seht von den Gräbern. Ist hier nicht mehr viel pur in der Nähe von der Ahr. Hier ist das Ahtor. Die Zerstörung. Der ist da vorne. Also wenn ich das Wasser nicht wissen. Nur dass man mal das Ausmaß weiß. Da ist die Arsche. Und hier ist die Altbrunsheim. Wir sehen jetzt hier auch, warum die Grundstraße gesperrt ist in eine Richtung. Wir sehen, dass hier eine Maschine steht. Wir haben jetzt gerade Baumaßgebung beladen und Baumaßgebung beladen. Jetzt sind wir zuhause. Und hier auskommt Zelt und Reiser dahinter. Und wieder schlagen, wieder in Tafel. Hier ist der Naturbuhl. Hier ist die Lippe. Der Wilhelm ist am Schimpfen. Hier sollte er unten ein bisschen mehr hoch bleiben. Dann größer mal ein bisschen. Das ist der Service. Hier ist die Lippe. Die Lippe sind hier. Die Lippe sind hier. Hier wird die Natur gespielt. Und ich sollte die Sitzung haben. Diese Schlachtelgerät in die Sitzung. Hier wird ein Pegelinger gespielt. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist so ein Poderstoff, wie du das jetzt siehst, weil du siehst ja doch hier, wie ein Baum das noch mal ist. Das ist so ein Poderstoff. 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 Doppelbohrschlumpels Hier geht der Weißer-Locken. Das war's für heute. der Wacker steht hier zum Tank steht hier im CW hier im Zug hier im CW 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 Ja, die sind hochgefühlt. Das war eine ganz gute. Da steht noch mehr hier. Jetzt da sind wir noch. Das ist noch viel, noch viel, noch viel, noch viel. Das ist noch mehr. Das ist noch viel, noch viel. Das ist noch viel, noch viel. Das ist noch viel. Das ist noch viel, noch viel. Das ist noch viel, noch viel. Das ist noch viel. Das ist noch viel. Das ist noch viel, noch viel. Das ist noch viel, noch viel. Das ist noch viel. Das ist noch viel, noch viel. Das ist noch viel, noch viel. Das ist 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 noch viel. Das befest du noch. Das war einfach. Just Das ist jetzt noch viel, noch viel. Sehr schön. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.